Willkommen zu Fugman! Zusammen mit Falun! Hallo! Guten Tag! Ja, Falun! Wir spielen heute Arena! Ja, endlich! Hm, Arena! Das heißt, wir können bauen! Bleibt dieser Schrei drin, den du gemacht hast? Das lass mir den Cutter entscheiden! Bitte, Herr Kammerer, lass das bitte drin! Oh, Mann! Bevor wir jetzt reingehen in die Runde, könnt ihr mich auch gerne supporten! Falls ihr es noch nicht wusste, einfach nur Max veringeben, so wie es da gerade steht! Und es nach 14 Tagen erneuern! Hashtag EpicPartner! Und seite... Warte mal, wir sind kurz vor 1.000.000 Abonnenten! Also, falls ihr wollt, dass wir die anderen erreichen, dann... Lasst ein Abo da! Danke! So, was machen wir denn jetzt? Du hast mir... Was ist Arena? Du hast ja Arena noch nie gespielt. Das Ding ist, wenn wir jemanden umbringen, also niederstrecken und vernichten, so, ne? Was wir halt vorhaben, dann kriegen wir 50 Leben und wir kriegen Materialien, die wir verwenden können, um Sachen zu bauen. Hast du schon mal gebaut in dem Spiel? Weißt du, ich hab... Ich hab Fortnite schon gebaut. Da warst du noch nicht mal auf der Welt. Weiß nicht! Wer von uns beiden hat Fortnite als erstes gespielt? Ich... Okay, wollen wir nachgucken? Ich hab auch ein Placement bekommen von Fortnite. Ja, ich hab's gespielt. Da gab's doch gar kein Online-Paluten. Da gab's so Rette die Welt. Kannst du dir das vorstellen? Hast du? Ja, aber du... Das Rette die Welt zählt ja nicht! Ja, das ist Fortnite! Das ist Fortnite! Das ist mit dem geilen Modus! Rette die Welt! Ja, also wer hat vorher gespielt, hä? Ja, aber du hast ja nicht den richtigen Modus, den Survival-Modus gespielt. Den hab ich dann auch direkt gespielt, als er kam dann. Ja, 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 ja. Mann ey, jetzt würde ich mit einem kleinen Kind hier spielen. Was? Was hast du denn gegen kleine Kinder? Gar nichts! Wir müssen doch mal meckern! So wie du! Wie? Ich bin doch nicht am meckern! Ja klar, wir müssen doch meckern! Nein! Guck mal, wechseln Feinde! Guck mal, du meckerst mit mir! Guck mal her, mein Junge! Nimm mal einen, Mini! Nimm einen! Nimm dir einen! Nimm dir einen! Nimm dir einen! Friendly Fire alles! Wie ist mein Fortnite Friendly Fire? Gab's mal Friendly Fire oder? Ja, gab es! Früher gab es! Komm jetzt zu mir! Ja! Dann haben wir jetzt schon mal Leben! Jetzt gehen wir hier runter! Du hast ja schon vorlieben! Warum das denn? Hier ist ja niemand! Wo sind denn die Leute? Wollen wir Leute umbringen? Ich möchte niemanden umbringen! Wir kriegen das hin! Das ist ja, das ist ja Arena! Komm mit! Hier drauf springen! Und von hier kriegen wir hier drauf! Zu den nächsten! Und dann fliegen wir einfach in Richtung... Da wurde jemand rebooted! Den greifen wir an! Da ist er! Da ist er! Da ist er! Da ist er! Okay! Die dürfen uns nicht sehen! Ich sehe niemanden! Faluten, ich will von den Kids sehen heute, ne? Jaja, klar! Wo ist denn jemand? Macht er drin? Ja! 46er! Wir können nachkampfwaffen! Oh! Der Baut! Der Baut Maxify! Das bin nicht der Baut! Achso! Der fährt mit Maudo! Faluten, ich bin tot! Nein! Warum? Wie kannst du denn tot sein? Das schaffst du! Da sind Leute Maxify! Ich muss weg! Der ist mit dem Auto weggefahren! Der hat mich irritiert! Die Runde hat nie gezählt! Wir schaffen das! Okay, der hat doch gezählt! Okay, wir gehen jetzt rein! Also, ich muss sagen, das Bauen... Also, ich... Es ist ja wirklich so! Ich habe seit zwei Jahren kein Fortnite mehr gespielt! Und dieses ganze Bauen, das überfordert mich! Du bist ja auch schon Mitte 30! Ist ja okay! Keine Ahnung! Fünf Jahre spielst du oder so? Vier! Dann... Aber ich spiele es ja nicht aktiv! Ich spiele es ja ab und zu mal so hier und da mal! Aber ich habe... Ich meine ja nur generell die Leute! Die so... Die so... Boah! Ich manchmal wünsche ich gerne, ich wäre wieder so 14, 15 meistens! Und dann ein Fortnite! Ich hätte so rasiert! Ja, ne, ich nicht! Okay, wir machen jetzt Action, Action, okay? Wir gehen dahin! Ein bisschen Action! Wir gehen auf den Zeppelin! Okay! Sind wir schon rausgesprungen? Ja, wir springen jetzt raus! Und dann fass gerade runter und dann landest du auf einer Waffe und dann... Machst du alles fertig! Okay, Maxi, fahr halt! Wenn du das darfst! Alles fertig! Oh mein Gott! Es kommen so viele mit! Hallo, das ist meine... Oh, du kriegst einen Sniper halt! Cool! Hallo! Ja! Hey! Ich geh... Ich geh nach hier unten! Bitte sag mir, du hast ne Waffe, weil ich hab nur ne Sniper! Nein, ich hab keine Waffe! Und hier sind so mal viele Leute drin! Schei, ich bin so am... Oh mein Gott! Ja, er wurde gekehlt! Ich... ich seh dich da! Okay! Ist bei dir jemand, weißt du das? Ich hab keinem gelassen Schimmer! Ich bin hier unten so ein bisschen am chillen! Ah, ja, ich komm mal... Ah, da unten noch einen tiefer! Ich komm mal! Ja! Lass kurz zusammenbleiben! Ja, ich bin da, ich bin da! Okay, komm hier hinten rein! Ja, 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 ja! Hier war ich mal! Oh! Oh! Mach ich nicht! Mach ich nicht! Mach ich nicht! Ich opfer mich! Ich opfer mich! Weiß nicht! Ich hab keine Schrufe! Oh Gott! Komm her, du mieser! Wo ist er hin? Er ist weg! Lass unten bleiben nochmal kurz! Okay! Wir warten ab! Wir hören lieber uns auf jeden Fall laufen! Boah, der ist aber richtig laut! Wir müssen halt smart spielen! Ja! Ich bin bekannt für smart spielen! Siehst du ihn da? An der Tür? Nee! Oh, da kommt... Oh, ja! Sehr gut! Der ist laut! Der ist laut! Ja, der ist laut! Paluten! Jag ihn! Er heizt sich hoch! Er heizt sich hoch! Jag ihn! Ich weiß doch nicht, wo er ist! Um Ecke hier! Ja, warte! Ich komm von der anderen Seite! Wieso ist der so gut? Wo ist er? Bei mir! Junge, was ist der mit dem? Hab ihn! Der hat ja auch! Der hat ja in sein Leben geschwitzt! Der war... Das war unerwartet! Ja, aber wir haben ihn erfolgreich zusammen in die Flanke genommen! Ja! Und dann war gewirrt! Und dann habe ich zugeschlagen! Na unten, siehst du den Panzer? Wapp! 180 und... Toad! Wollen wir in den Panzer reingehen? Ja! Oh, oh! Da ist jemand in den Panzer! Nein, da ist jemand drin! Man muss nur in den Panzer rein und in die Kanone oben! Das ist möglich! Achso! Verfolg mich einfach! Junge, der ist einfach runtergefallen! Aber er macht mir voll Schaden mit dem Panzer! Wapp! 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 Wir haben ihn wirklich geschossen! Ja! Wir sind mit meinem Panzer! Okay! Wir können jetzt hier in Ruhe looten! Ich glaube, hier gibt es niemanden mehr! Okay! Sehr gut! Ah! Ich fahre zur Tankstelle! Ja! Warte! Da ist jemand hinter der Dingens! Komm! Da kommen zwei! Oh mein Gott! Super! Der hat einen Leben noch! Ich habe ihn wiedergeschreckt gemiesen! Wo ist der andere? Der andere guckt da! rechts! Absolut geisteskrank, wie ich die gemacht habe. Okay, dann rollen wir hier mal durch die Wüste, durch die Sahara. Keine Finger. Wir müssen noch mehr Gegner fertig machen. Ja, mehr Gegner fertig machen. Ich glaube, mehr Gegner sind in diese Richtung einfach. Maschallah, mehr Gegner. So, bitte einmal tanken. Nicht gegenfahren, ne? Okay, gib mir Deckung. Guck mal, wir sind Top 12 sogar schon. Irgendwer schießt auf uns. Komm, Zappen in oben. Ja, ich sehe es. Ja, es wird ein bisschen schwer. Ich nehme mir ganz kurz die Snippe auf. Oh, ich habe ihm auch ein 70er Ding gezogen. Die schießen immer noch auf uns, ne? Ah, ja, da oben. Aktiviert. Jetzt kann ich sehen, wenn sie peaken. Da oben. Okay, der eine fliegt ein bisschen hoch und runter. Ein, 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 knock, 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 knock. Wir müssen hin. Der hat so ganz wenig Leben. Fürs Team. Mit dem Panzer. Let's go. Einfach, mit dem. Wir leben wieder. Ich kriege die Randlings nicht. Ja, ich bin ganz weit weg plötzlich. Oh, da hinten ist noch. Echt jetzt? Ja. Warum leben die denn jetzt wieder? Weiß nicht. Ich komme zu dir. Ich habe Angst alleine. Da ist aber auch ein Panzer. Rechts, ja? Oh, auf den müssen wir sehr gut auf... Oh nein, der Panzer wird uns vielleicht holen. Oh ja, die haben schon geschossen. Okay, eins ging ein. Wir haben aber kaum Leben mit unserem Panzer. Ja. Das ist... Manchmal muss man im Leben... Wir auch nicht. Wir müssen den Unmarsakalone rausbekommen. 190er Hit. Da, Alter. Aus dem Panzer raus, aus dem Panzer raus. Ja, ja, okay. Ich spring raus. Wechselfrei, wo bist du? Der schießt auf mich. Der baut. Jetzt will ich leben. Der baut, ich bau auch. Kein Problem. Ich mach, ich mach auch. Oh Gott, du hast sie zugemacht bei dir. Ich wurde genockt. Aua, Maxi Fall. Maxi Fall, der will mich down. Komm schon, bitte. Lasst uns in Ruhe. Machschalda. Oh, das sieht nicht gut aus. Maxi Fall. Nein, Falluji. Maxi Fall. Das wird die Zielrunde sein, wo wir gewinnen. Das glaube ich auch. Ja, warum? Was denn? Du siehst meine Markierung, oder? Ja, klar. Gut, dann gehe ich alleine in den Panzer heute rein. Ich bin da. Ich flieg da hin. Ja, bis du da bist. Da auch hat's. Oh, da landen aber auch Leute. Ja. Ich versuche direkt zum Panzer zu gehen. Ja. Also, sorry, dass du nicht als erster da bist, dafür kann ich ja nichts. Kommst du rein in den Panzer? Ja, klar. Geh in da ist geschützt und zeig, was du kannst. Ja. Pass auf, links, links, links. Ich bin angeschossen, ich bin angeschossen. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ich hab HP verloren, Maxi Fall. Ich glaube, ich werde es echt haben. Du musst immer auf die Gegner gucken, weil da haben sie wenigste Sicht auf dich. Ja, aber ich sehe ja keine Gegner. Das ist ja auch. Genau da, wo, da, hier ungefähr muss einer sein. Deine Ecke, deine Ecke. Schieß die ganze Zeit drauf, schieß die ganze Zeit. Guck auf ihn, der ist, guck auf ihn. Ja, ja, guck auf ihn. Ja, perfekt. Ja, hab ihn, hab ihn. Nee, da rechts ist, da rechts. Hab ihn. Du schaffst das, Maxi Fall, ich glaube an dich. Wenn du das nicht schaffst, würde ich das nie mal schaffen. Noch einer? Jetzt brauche ich auf jeden Fall Material, deine Karte und dann, das wird's. Ja, easy, du schaffst das. Genau, nimm meine Karte, bring mich wieder zurück ins Leben. Natürlich. Ich sehe es dir nicht, wie du da längst. Oh Gott. Oh, okay, alles gut. Du bist down, du bist tot. Das sieht gar nicht gut aus mit meinem Leben. Nee, das sieht wirklich nicht gut aus. Oh, Alter, wie du, oh, was ist das denn für ein Slide gewesen? Auf den Knien. Ja, ja. Guck und. Maxi Fall. Entschuldigung, alles gut. Du hast eine Pistole und ein großer Schilddrang, den nimm mal mit. Ah, ja. Schieß ab, Maxi Fall, Maxi Fall, ich war jetzt schon wieder angeschossen. Hinter uns. Ich gucke. Ich bin fast da. Ja, ja, links von mir. Geradeaus. Sag mal, ich war noch zwei Sekunden da. Wie konnte denn das passieren? Ich hab mir wirklich Mühe gegeben. Ich bin doch nur gelaufen. Oh Gott, die sind gut, Maxi Fall. Ja. Die sind richtig krass. Oh Mann, die sind ja viel besser als du. Ich hab keine Materialien mehr. Oh Gott. Und die bauen beide so geisteskrank. Er ist unten, er ist unten. Mach ihn, mach ihn, Maxi Fall. Komm schon. Aha. Jetzt noch den anderen. Ja, ich bin dabei. Oh Mann. Nein. Paluten, Mensch. Die sind viel zu gut für uns. Nö, Punkte. Wir sind Versager, Paluten. Was hältst du davon? Nicht mal Division 2 haben wir geschafft. Ja, weiß ich doch nicht. So, okay, Leute. Das war's mit der Runde mit Paluten. Es tut mir leid, dass wir keinen Win geholt haben oder krasse Action gehabt haben. Die haben leider keine Zeit mehr großartig. Schaut gerne mal Paluten vorbei. Lebt dazu auch ein Video hoch. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dafür mehr. Und hab euch wieder bis nächstes Mal. Ciao. Ciao.